Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Hannibal in der Special Limited Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Film und dem Inhalt sowie natürlich auch die Links zum Film und zu dieser Limited Edition findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hannibal aus dem Jahr 2001. Wir haben hier mal wieder eine Edition aus dem Bereich Film. Jawohl. Hannibal in der Special Limited Edition. Es ist der zweite Teil der Hannibal Filmreihe. Der erste Teil Schweigen der Lämmer und das ist die Fortsetzung. Titel Hannibal. Hier oben lesen wir Special Limited Edition. Anthony Hopkins und Julian Moore. Das sind die beiden Hauptdarsteller des Films. Dann lesen wir hier noch ein Ridley Scott Film. Dann weitere Beteiligte. Auf der Seite Hannibal. Hier oben in Schwarz und unten in Schwarz. Und hier ist das Ganze dann ein Shuba, wo sich dann das Ganze rausziehen lässt. Auf der Rückseite haben wir hier noch einmal die Info zum Film. Also hier so eine kurze Inhaltsangabe, was uns in diesem Film erwartet. Ein hypnotischer Horror Trip in die schwersten Abgründe von Genie, Erotik und Wahnsinn. Dann haben wir hier noch die Darsteller und hier dann noch das ganze Bonusmaterial aufgelistet. Also auf Disc 2 haben wir jede Menge Bonus und auf Disc 1 haben wir natürlich den Film an sich in der ungekürzten Fassung. So, dann gibt es hier noch Barcode und so weiter. Das Ganze ist freigegeben ab 18 Jahren. Lässt sich hier dann rausziehen. Und das hier ist dann die Akte von Dr. Hannibal Lecter. Also hier vom Artwerk wirklich wie so ein kleines Büchlein, wie so ein Notizbüchlein. Und hier haben wir dann einen persönlichen Brief von Hannibal an Clarice. Das ist hier so handschriftlich verfasst. Könnt ihr euch natürlich an dieser Stelle gerne anhalten, das Video und im Detail durchlesen. So sieht das aus. Und darunter haben wir dann die beiden Discs. Einmal hier die Nummer 1. Also das hier ist der Film. Kommt hier in Rot. Gefällt mir sehr gut, dass das eingefärbt ist. Dann haben wir die Disc 2. Hier ist eben das ganze Bonusmaterial drauf. Auch die hier entsprechend eingefärbt. Und dann haben wir hier vom Artwerk her einerseits Autopsieberichte und natürlich auch Fotos. Hier beide Seiten mit Fotos und Berichten gestaltet. Und auf der rechten Seite haben wir noch die Infos zum Bonusmaterial. Was es hier alles auf Disc 2 gibt. Und dann hier noch die Kapitelübersicht des Films. Also zur Disc 1. Ja ansonsten wie gesagt hier in dieser Buchoptik in diesem Notizbüchlein. Wir packen die beiden Discs, die beiden DVDs wieder zurück. Einmal und zweimal. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Special Limited Edition befindet. Einmal das eben gezeigte Büchlein hier. Dieses Digipack mit den beiden DVDs. Einmal im Film und einmal den ganzen Bonusinhalten. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Edition von Hannibal. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Film beziehungsweise dieser Edition. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das ganze feiert, falls ihr Hannibal unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.